Musik Ja, dadurch habe ich schon mal noch einen Ansporn, dass man auch an denen dranbleibt. Und man weiß, dass sie besser sind, aber man kann trotzdem dann nochmal versuchen, dran zu bleiben und auf jeden Fall alles geben. Musik Jeder trainiert für Olympia. Das sollte einen ganz, ganz großen Stellenwert in der Zukunft auch beibehalten, weil hier haben die Schüler die Möglichkeit, zum Schnee zu kommen, aus schneefernen Regionen. Ich finde es erstmal gut, dass auch welche aus Berlin, wo vielleicht nicht so oft wie in Thüringen Schnee liegt, dass sie hier sind und trotzdem sich fürs Skifahren begeistern. Und wenn jetzt mal einer auf der Strecke liegt, da wird halt vorbeigefahren. Musik 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 Untertitelung. BR 2018